Willkommen zurück, LS17. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, Mehl ist 1, also das ist scheißegal welches Mehl, soweit ich weiß, aber Mehl ist gerade scheiße, wa? Jo, bei Lidl nicht besonders gut. Okay, können wir lassen. Jetzt war die Frage, wo könnte man denn Mehl hintun, weil das ist jetzt Gerste. Wir haben es im Moment drin, soweit ich weiß, nur bei, mal gucken, wo war denn überhaupt die scheiß Bäckerei, die ist nämlich relativ weit hinten sogar, Bäckerei Brot, da habe ich es drin. Nö, da habe ich eben kein Mehl drin, da wollte ich mich Roggen reinmachen, genau, weil es mehr Sinn macht. Backwaren, da ist gar kein Mehl drin, da könnte man Gerste rein tun, Kuchen, wobei man Gerste auch zu, na, geht. Und hier ist auch kein Mehl drin, ich habe überhaupt bei der Bäckerei noch kein Mehl, das ist ja blöd. Kommt dann, tun wir es mal zu, ja Gerste gibt es, ja tun wir es zu Backwaren, besser bei Backwaren rein. So, und ansonsten habe ich nämlich überlegt, werden wir mal jetzt gleich einen anderen Hänger kaufen, und zwar einen Micheletto oder Castor Foodpack oder keine Ahnung. Und mal gucken, wie viel innerhalb der letzten zwölf Stunden denn da angewachsen ist bei meinen Rindsviechern, bei der Mast. Das wird noch nicht die Welt sein, aber wir schauen mal. So, Bäckerei, Brot, Backwaren, hier ist Backware in der Mitte. Dann knallen wir das hinter uns, den Auslass und fahren da schön ran. So, nochmal, jawohl, und dann bitte Abflug. Bitteschön, viel Spaß, haste Mehl. So, haben wir das gemacht. So, dann, ja hier warten wir eben auf die Bäume, das dauert halt Ewigkeiten, das ist einfach abartig. Hier haben wir noch ein bisschen Silage, können wir die reinschmeißen? Ich glaube nicht, oder? Ne, ist voll. Da brauchen wir gerade nichts. Hier war ich am Laden, wir können noch einmal reinschmeißen. Ein paar Bodenfrüchte, huch! Erdfrüchte, wirst du schon? Ähm, komm, gib mir Kartoffeln, danke. Äh, ob es Allah, ich sollte mir echt mal da hinten ein Gewicht ranballern, das wäre ganz geschickt. Ich hoffe, das geht. Mal gucken, ob es da ein, zwei Gewichte gibt, die man da ranmachen könnte. Weil ich glaube, ich habe das schon mal überlegt, ist schon lange her, als ich noch richtig, ähm, nur auf der Karte gespielt habe. Da war die Überlegung nämlich, äh, wegen der Silage und da habe ich überlegt, ein Gewicht ran zu machen. Und das ging aber, glaube ich, nicht. Irgendwas war da, äh, ja. Auf jeden Fall war ich vorhin wieder ganz intelligent. Ich habe es genau hinter den Trigger gekippt. Da komme ich nie mehr ran. Ja, also das hängt jetzt zwischen dem Trigger, zwischen dem Einlass und dem, da hinten, dem fertigen Mischfutter. Also richtig geil. Ja. Sehr gut. Echt. 24.000, ja, da ist jetzt mehr drin, glaube ich, als von, ja, genau, da ist mehr als von Proteinen drin. Proteine wären natürlich jetzt Raps. Äh, ja, habe ich jetzt nicht. Oder halt Sonnenblumen, wenn die nächsten Sonnenblumen reif sind. Weil im Moment haben wir eigentlich, glaube ich, genug Speiseöl. Können wir im Moment eh nicht verarbeiten. So. Der steht da rum, die armen Kühe, ne, ich habe 46 oder vielleicht habe ich mittlerweile 48 Kühe, ist scheißegal. Aber, äh, die haben innerhalb von 7 Stunden 8.000 Liter Milch gegeben. Ich frage mich, wie das gehen soll, ey. Die armen Viecher. Ehrlich wahr. Ähm, der braucht noch nicht loslegen, weil es fehlt mir der, 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 Dingsbums. Ja, ja, den brauche ich gar nicht. Ich ziehe die restlichen Bäume einfach so. Da warten wir, bis mehr drin ist. Oder ist schon wieder voll, dann können wir es uns rauszerren. Ja, es wäre so voll, dass wir zumindest unseren Hänger voll kriegen. Komm, was soll's, dann ist halt das Mischfutter leer. Versorgt mal die Schweine. Ähm, irgendwas hatte ich gerade vor. Ja, genau, ich, wegen Feld 4. Den Grober brauche ich noch nicht drüberjagen. Es muss erst der Komposter entfertigt werden. Und es wird halt im Moment noch nichts. Ja, also jetzt wird natürlich das Mischfutter hier leer. Klar, der zerrt das jetzt weg. Ja, dann ist das so. Was soll's. Sieht man optisch gar nicht. Wahrscheinlich erst, wenn nichts mehr drin ist, sieht man es. Im Moment soll man halt einfach sehen, dass was drin ist. Ja, weil hier nimmt noch nichts ab. Irgendwie. Bei dem Mischfutter. Ich meine, ich sehe es an der Anzeige, klar. Aber irgendwie so, da drüben sehe ich nichts. Ich nehme echt an, man soll es optisch erst sehen, wenn es leer ist. Aber das reagiert sehr spät. Weil da ist nichts mehr drin gleich. Da sind gleich noch 10.000 oder so drin. Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt nicht mal das. Ja, doch. Über 10.000. So. Naja, also das ist natürlich ein bisschen hohl, aber okay. Es soll wohl einfach dargestellt sein, dass was drin ist, das verarbeitet wird und gemixt wird. Muss man unterscheiden zwischen Wixen und Wixen, ne? Da ich ja weiß, wer mein Video so guckt. Grüße an der Stelle. Auf jeden Fall unterscheiden, ne? Weißt Bescheid. Ich nenne jetzt keine Namen. So. Rein mit dem guten Futter, damit es mehr Schweinchen gibt. Aber Schweine ist auch pervers. Also, wie gesagt, jetzt warten wir, bis ich einmal richtig viel Gülle und Mist habe, bis es wirklich explodiert sozusagen. Und dann werde ich Schweine verkaufen. Ohne Ende, weil ich werde jetzt wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Tage auf 1500 Schweine kommen. Das ist einfach krank. Das ist Wahnsinn. Gut. Okay, dann hätten wir das. Wir brauchen natürlich viel, viel mehr Schweinefutter. Ja, mit der Zeit. Wie gesagt, Cosplay und was. Dann könnte ich halt schneller arbeiten, aber so, ja, halt nicht. Es ist egal, ist nicht so schlimm. So. Ja, hier haben wir ein bisschen Wasser noch hingebracht, weil ich habe festgestellt, dass ich mal wieder meine alten Produktionen, die ich eigentlich am Anfang als erstes beliefert habe, dass die durchaus Bedarf haben. Das wäre die Brauerei, Bäckerei und so weiter. Und auch diese ganzen normalen Obstfarmen. Oh ja, wir sind aber fast fertig mit dem Kompost. Die haben alle wieder Bedarf an Wasser. Also da muss ich unbedingt holen. So. Gut, gut. Ja, jetzt ist die Frage, wie holen wir das? Müssen wir eigentlich einen LKW holen? Ja, da nehmen wir uns einen, den wir schon haben. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken jetzt gleich mal mit dem LKW runter und holen uns eben so einen Viehtrailer. Mal gucken welchen. Das ist relativ teuer, das Ding, glaube ich. Wenn nicht, dann haben wir Glück gehabt. Weil so viel Geld habe ich jetzt gar nicht. Also ich möchte über der 5 Millionen Marke bleiben. Eigentlich ist das Ziel, innerhalb der nächsten 2, 3 Tage über 7 Millionen zu kommen. Weil das Feld kostet, glaube ich, 2,6 oder was. Oder sogar noch mehr. Feld 13 wäre ja das Nächste. Na, das ist auch wieder ein relativ großes. Oder kostet es gar nicht so viel. Na ja, auf jeden Fall kostet es um die 2 Millionen, kostet es definitiv. Ja. Das würde ich schon ganz gern haben. Also müssen wir auf 7 Millionen kommen. Weil 5 Millionen, ich will immer eine eiserne Reserve haben. Ist totaler Humbug, aber passt schon. Machen wir so. Man weiß ja nie, was mal kaputt geht. Und ich habe zu viel Equipment, was kaputt gehen kann. Allein die 3 Lexion. Vierten holen ist eigentlich sinnlos. Ich bräuchte nur noch richtige Schneidwerke für alle. Ich habe auch noch kein einziges Grasschneidwerk. Auch das wäre mal interessant, weil Grassamen ist teilweise bei der BGA richtig was wert. Wenn man Glück hat. Im Moment nicht. So, ah ja, Sonnenblumen kommen raus. Feld 3. Ansonsten ist alles im Moment noch abgeerntet, glaube ich. Und müsste bearbeitet werden. Aber da haben wir ja gesagt, machen wir mal nach und nach. Feld 4 wird jetzt nochmal Raps. Weil ich tatsächlich einen wahnsinnigen Bedarf an Raps habe. Feld 5 bis 10 dann Soja. Feld 11 lassen wir weg. Feld 12 kamen wir dann an mit. Ja, das müsste dann schon das erste Maisfeld sein. Aber wie gesagt, alles nach und nach. Ich bin jetzt durchgedreht. Gestern, von Mittag bis nachts rein. Ich kam ja nicht mehr hinterher. Das bringt nichts. Ich bin alleine. Ich muss langsam machen. Nichtsdestotrotz möchte ich alle Felder haben und jede Produktion. Aber nach und nach. Es bringt nichts auf einmal. Das hat einfach keinen Sinn. Wenn ich dasselbe habe, dieselbe Fruchtsorte, dann mag es noch gehen. Aber ich hatte jetzt hier eben drei verschiedene Sachen und habe drei verschiedene Schneidwerke gebraucht. Und das war ein bisschen ekelhaft. Also das war schon nicht gerade schön. Ich habe das Sonnenblumen gebraucht. Das Weizen. Und das war irgendwie scheiße. Ja, fülle den mal wieder. Dankeschön. Weiter geht's. Ja, jetzt weiß ich, warum ich den hier stehen hatte. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum die blöde Palettenproduktion nicht mehr arbeitet. Ich habe es in der letzten Aufnahme noch festgestellt, habe es aber nicht korrigiert. Der Mist ist voll, der Auslass. Meine Hackschnitzel. Ich muss unbedingt Hackschnitzel loswerden. Ja, wenn nicht, muss ich sie zum schlechten Preis verkaufen. Ich habe zu viel von dem Schrott. Außer ich habe irgendwo ein Lager. Gut, ich könnte es auch in den Komposter schmeißen, aber ich habe nur einen Komposter. Das ist wieder mein kleines, aber feines Problem. Jetzt werde ich gleich den LKW wegschubsen, oder? Das Problem ist, ich komme da nicht runter, glaube ich. Das wird jetzt bestimmt witzig. Warte mal. Ich gehe mal von der anderen Seite ran. Komm, 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 Dreh. Scheiß auf die Wiese hier. Die braucht kein Mensch. Da können sich jetzt Leute, die wirklich fahren können im LS, die können sich da einen dicken Ast lachen, weil ich kann es nicht. Und schon jetzt hänge ich irgendwo am Kontrollelement. Auch schön. Jetzt hänge ich wieder irgendwo immer noch am Kontrollelement. Willst du mich trollen? Tatsächlich, das ist so groß. Ja, und jetzt habe ich halt das Problem, dass ich hier... Ist das Müll? So, warte mal. So, aber hier komme ich jetzt nicht richtig an den Trigger ran. Das ist... Oh, Fabi spielt Ego. Ich bin begeistert. Doch, ein bisschen mitmachen. Schön. Ja, was ist... Das nervt, weißt du? Aber warum muss ich mir auch so einen bescheuerten Hänger da holen? Das ist halt die zweite Frage. Müsste ich ja nicht. Warte mal, wir gucken mal. Hm. Hm. Ich komme da halt nicht so richtig ran, ne? Wenn ich so jetzt nach hinten drücke, komme ich überhaupt nicht ran. Das ist mein kleines, aber feines Problem. Scheiß drauf, ob der nicht mehr arbeitet. Interessiert mich nicht. Krrr. Ja, ich muss da irgendwie jetzt die scheiß Hackschnitzel rauskriegen. Und ich möchte Hackschnitzel eben in einem großen Volumen transportieren. Deswegen hatte ich den dafür immer gedacht. Aber irgendwie kommt man da halt nicht ran. Das ist das, was ein bisschen ungünstig ist. Weil der scheiß Dolly dazwischen ist. Ohne Dolly wäre es wahrscheinlich besser möglich. Jetzt. Jetzt kriege ich ne. Ah ja, das ist echt ein Mist. Also, hätte ich mir was Besseres überlegen können. Aber jetzt kann dann endlich auch die scheiß Produktion weiterarbeiten. Im Moment natürlich nicht, weil ich draufstehe auf dem Trigger. Deswegen arbeitet sie nicht. Aber das passt schon. So, knallen wir das jetzt erstmal runter. Das sind tatsächlich 150.000 gewesen. Das sah gar nicht so voll aus. Aber ist voll. Also, das heißt, das kriege ich eh nicht alles mit, weil ich fast bei 100.000 war. Naja. Triebendes Sägewerk arbeitet? Ja, ja, ist Rauch zu sehen. Naja. Schön, schön. Komm, sieh zu. Hey, das ist so langsam füllen muss. Ich weiß es nicht. Kriege ich oben was unter? Ich glaube nicht einmal. Weil da habe ich erst reingefüllt. Und im Moment habe ich überhaupt keine Abnahme von Papier oder Karton. Es war nämlich die Überlegung, auch da die Druckerei demnächst mal mit Leerpaletten zu befüllen. Aber da gab es dann andere Sachen, wo die Leerpaletten zuerst hin müssen. Jetzt ist echt die Frage, wo haue ich denn jetzt den Scheißdreck hin? Ich habe viel zu viel Output von Hackschnitzeln. Naja, dann lass uns doch mal gucken. Wenn ich da auf die Ding gucke, das bringt mir sowieso nichts. Das ist falsch, die Preisübersicht, weil die zeigt mir den Preis von Bretterpaletten an, weil das auch als Hackschnitzel zählt. Ich muss natürlich hier gucken. Hafen, Heizkraftwerk, Sägewerk. Da wäre es gerade nicht mal so schlecht. Ach, warte mal hier. Strohkraftwerk oder eben Hafen. Beim Hafen geht es sogar. 220. Gar nicht mal so schlecht. Das ist jetzt nicht der Brüller, aber komm, was soll es denn? Haben oder nicht haben? Rein damit. Weil die Pellets sind auch voll. Auch die könnte man natürlich mal verkaufen. Die wäre wahrscheinlich gut zu verkaufen beim Baumarkt, nehme ich an. Aber ich weiß nicht, wer das noch annimmt eventuell. Vielleicht Baybar, also die Reifeisen kann es sein. Weil Baybar gibt es hier ja nicht. Wie im Namen steckt, das ist etwas Bayerisches. Kann sein, dass es die auch in Baden-Württemberg gibt. Aber so generell, die hat den Ursprung in Bayern. Und Reifeisen, was bei uns eigentlich nur als Bank bekannt ist, das ist dann das, wo man hier wahnsinnig krass die Baybar kennt, das ist im Norden die Reifeisen. Landhandel. Massiver Landhandel. Ja, ist okay. Da gibt es halt lokale Unterschiede. So. Dann wollen wir mal nach den Kühen noch gucken. Also nach den Mastviechern. Das schauen wir uns jetzt auch gleich noch an. Gestern Abend habe ich es noch gesehen und habe gesagt, okay, das muss ich machen. Aber gemacht habe ich es nicht mehr. Und heute früh denke ich mir gerade die ganze Zeit so, das gibt es doch nicht. Wieso wird denn da nichts verkauft, Mann? Ja, warum? Weil du schläfst, Matze. Weil du schläfst. Ganz einfach. Der Preis ist jetzt nicht super, aber ich meine 50.000 haben oder nicht haben, ist auch was, ne? Oder wie viel es werden, was wird es denn werden? Ja, zwischen 30 und 40 wird es werden. Das ist nicht die Welt. Aber ist wieder was, was ich benutzen kann, um mir dann doch einen schönen Hänger zu holen. Ich brauche ja einen vernünftigen Hänger für die Rindsviecher. Das nützt ja alles nichts. Was ich gerade im Moment ein bisschen vernachlässige, ist das Grasmain die ganze Zeit. Weil der ist fast voll. Ich habe jetzt erstmal keine Lust auf also dieser Fliegel-Waskis-Anhänger. Der hat 8 Millionen drin. Da steht er. Und ich habe jetzt gerade keine Lust auf Silage. Ich möchte jetzt mal die ganzen anderen Produktionen, die ich eben noch nicht kenne, ein bisschen anschauen. Okay. Hat keine Collie, ist auch recht. Ein bisschen anschauen. Ich wollte eigentlich gerade zurückfahren, aber okay, wenn es so ist, ist mir auch egal. Weil ich kenne auch die Fleischverarbeitung eben noch gar nicht. Ich möchte alles mal ein bisschen wenigstens haben. Wir werden uns dann um Silage kümmern, aber das muss nicht jetzt sofort sein. Oh, jetzt wird es aber doch wieder dunkel. Schade, ich wollte gleich noch mal ein bisschen rausgehen. Ein bisschen spazieren. Wenn es noch ein Block ist, ist man nicht ganz verblödert, muss ich den Schirm mitnehmen, so wie es aussieht. Aber dann ist es so. Na komm. Ach, das war das Autosave. Nehme ich an. Schön, schön. Mal gucken. So. Hoppala. Wir sind fast beim Hafen. So, beim Bäcker steht dann mein anderer LKW, den ich gebrauchen kann, eben um dann mir den Tierdings daran zu ballern. Aber den hätte ich gerade frei. Die anderen zwei sind ja immer mit Holz beschäftigt. So. 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 Und dann gib mir ein bisschen Geld. Wie gesagt, die Welt wird es nicht sein, aber passt schon. So, viel Spaß. Ach ja, siehste, Kompott. Können wir ins Kompottwerk fahren. Aber Feld 4 ist gerade frei. Ach, es gab ja doch über 40.000. Nicht schlecht. Aber Feld 4 ist gerade frei und wir müssen jetzt erst mal nach und nach fertig werden. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erst mal schnell aus dem Kühn. Ich will das noch schnell machen, komm. Auf geht's. Dann lassen wir dich mal hier stehen. So. Dann hätten wir dich, du könntest das natürlich auch machen. Dann hättest du mal Bewegung. Also, wir brauchen einen... Ja, steht glaube ich unter Kipper drin, auch wenn es ein bisschen falsch ist. Und zwar... Ne, nicht Schmitz Cargobull. Wo steht denn das dabei? Dann steht ja doch woanders drin. Steht ja doch woanders drin. Tiere. Das kann unter Tiere stehen. Fällt mir gerade auf. Genau, warte mal. Mähberg, Ladewagen, Schwader, Zetter, Kompakt, Bla, 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 Gewichte. Wo ist denn der Quatsch mit Tieren? Weil das ist ja... Ist ja hier noch anders sortiert als im... Hä? Wenn die Tiere... Da ist es doch. Mein Gott. So, der Joskin, der geht nicht. Der müsste gehen. Das war alles. Der ist doch auch ein Mod hier. Micheletto, nicht? Bin jetzt blöd. Habe ich echt nur den einen drin? Oh. Wieso habe ich das Paket nicht? Da muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja. Werde ich merken. Kaufen wir den mal. Was soll es? Ja, möchte ich kaufen. Okay, steht bereit. Schön. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ja. Mal gucken. Da steht er. Okay. Man würde ihn jetzt abkoppeln. Oder habe ich ihn jetzt angekoppelt? Bremse bitte lösen. Ah, jetzt habe ich ihn ja angekoppelt. Ich Idiot. Wollte ich nicht. Huch. Ja, da muss ich aber nochmal gucken. Hä? Wieso habe ich denn das Paket nicht? Wie heißt denn das? Verdammte Axt. Das Tierpaket. Castor Foodpack. Wieso habe ich das nicht drin? Oder nicht aktiv oder was? Habe ich es noch nicht aktiv? Na gut, wir holen uns jetzt mal den. Ich hoffe, der geht. Und wie gesagt, erstmal schauen, wie viel ist es denn überhaupt? So. Sieht auf jeden Fall schon massiv aus. Ich habe überhaupt keine Druckluft mehr drin. Das ist natürlich fantastisch. Oh. Jetzt fahren wir erstmal nach Süden. Ab. Hoppala. Hoppala. Ja, ist mit Spaltenboden nicht schön. Aber okay. Doppelstöckig. Da geht ein bisschen was rein. Bremsen darf ich nicht, weil Bremse würde wieder Druckluft verbrauchen und ich muss gerade erstmal Druckluft aufbauen. Das ist... Oh, ich glaube, ich bin über meine Sonnenblumen gefahren. Nicht so günstig. Naja, egal. Überlegst du, der war halb voll und ich habe den jetzt allein durchs An- und Abkoppeln habe ich so viel verbraucht. Das ist natürlich scheiße. Naja. Es ist halt auch ein Fahrzeug, was ich nie benutze eigentlich. Dementsprechend hat er so einen geringen Vorrat, der hat irgendwie Probleme mit Druckluftaufbau. Wie die zwei Bands, ja auch die MP4, die Actros. Die machen ja auch irgendwie so ihre Schwierigkeiten. Aber der klingt irgendwie gar nicht. Dafür, dass der Halb-Hypes hat, klingt der richtig scheiße. Naja. Was soll's. Hoppala. Machen wir jetzt alles ein bisschen anders, als es ursprünglich geplant war. Mit meinem LKW-Schein und dem ganzen Plan. Jetzt erst mal zwei, drei Jahre Schuldenabbau. Und dann, vielleicht dauert es fünf, länger dauert es auf keinen Fall. Und dann können wir nämlich clean neu starten. Dann stellen mich die Leute auch ein. Weil wahrscheinlich hat mir das tatsächlich das Genick gebrochen, dass ich hier eine Pfändung drin hatte oder so. So Leute eben geschaut haben, was, der wird gepfändelt. Ne, das geht ja gar nicht. Tschüss. Ja, klar. Dann ist halt Feierabend, bist du hinten raus. Na ja. So. Und jetzt will ich mal schauen, wie viele Tiere da sind. Währenddessen lassen wir den mal laufen. Ah, der hat schon wieder ein bisschen aufgebaut, Druck. Das ist schön. Ich nehme an, die Laderampe ist da. Wo die... Na, wo diese Rampe eben ist. Automatic Fill. Ne, Automatic nicht. So, wie viele Kühe sind denn da? Rinder. Oh, 32. Das geht aber flott, ey. Leck mich am Arsch. Holla, die Waldfee. Aber es verbraucht auch ganz schön Mischfutter. Puh. Ja gut, das war aber auch nicht voll. Moment, Mischfutter war nicht voll. Genauso wie Silage. Ja, passt schon. Aber das... Holla, die Waldfee, ey. Das gibt ja ganz schön. Ja, und Gülle und Mist zu gleichen Teilen. Na ja, gut, warum denn nicht? Na. Okay, also ich nehme an, hier ist es. Automatik ist natürlich Quatsch. Wir machen natürlich manuell. Hier, jetzt. Manuelles Aufladen. Passt. Jawohl. So, na ja, dann fahren wir da mal ran. Und laden ein paar Rindsviecher auf. Weil 20 kriegt man ja da rein. Ich hoffe, dass das ein richtiger ist, dass der eben damit klarkommt, dass man sagt, man möchte die danach auch woanders hin tun, ja. Das ist jetzt... Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Die Michelin-Männchen und so. Optisch sieht der echt cool aus, aber... Akustisch ist der irgendwie Schrott. Anscheinend kann ich nicht aufladen. Was, als würde hier was stehen, oder? Also, was bedeutet das? Ganz einfach. Anderes Fahrzeug holen. Anderes Mod-Paket. Dann habe ich tatsächlich das Castor Footpack oder wie auch immer nicht drinnen. Das ist natürlich bescheuert. Richtig intelligent gelöst. Und ich habe es nicht aktiv. Keine Ahnung was. Ist ja wurscht. Machen wir uns keinen Kopf drum. Irgendwo habe ich Bullshit gemacht. Ich sage trotzdem mal, danke fürs Zuschauen. Gerne eine Bewertung da lassen. Wie trottelig oder so ich bin. Hahaha. Es ist der Falsche. Geht nicht. Da kann man richtig viel transportieren mit dem, aber nur zum absoluten Verkauf. Zum Schlachter oder so. Aber nicht... Ja eben, ich kann ja gar nicht aufladen. Also auf jeden Fall nicht an diesem Trigger. Bei mir vielleicht. Das kann sein, dass ich dann zum Metzger bringe. Zum Tierhändler. Aber das ist ja Quatsch. Ich will ja jetzt hier Aufladung zum Fleischer bringen. Also nicht zum großen Schlachthof. Zum Tierhändler. Sondern eben zum Fleischer, wo es Wurst und Fleisch und was gibt. Das sind ja... Also weiß schon. Ja gut. Dumm gelaufen. Was soll's. Wie gesagt, trotzdem danke fürs Zuschauen. Gerne Bewertung. Gerne Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Part dann mit funktionierendem Hänger. Vielleicht. Und dann mal ein paar Rindsviecher. Oder Schweine. Schweine habe ich eh auch. Viel zu viel, glaube ich. Dann können wir mal ein bisschen... Oh, Wolle. Aha, der ist rot. Dann können wir mal ein bisschen... Viecher... Uh, Strohbuster rein. Dann können wir ein paar Viecher zur Wurst verarbeiten. Weil Schweine haben wir hier. 965, wie gesagt, heute gehen wir über die 1000. Definitiv. Na, wir haben eine Reproduktionsrate von 0,08 Stunden. So. Ja, 0,1 Stunde wäre 6 Minuten. Das heißt, in ungefähr 5 Minuten gibt es das nächste Schaf. Alle 5 Minuten gibt es ein Schaf. Warum sage ich immer Schafe, wenn ich Schweine meine? Jedes Mal. Also, ciao. Danke fürs! Ciao!